Einen wunderschönen guten Tag liebe Leute und Willkommen heute zurück zu Mario Party mit Chaos Flo. Hi. Ich hab ne 5 gewürfelt. Leute, ich muss mich jetzt hier mal kurz... Aber ist 5 nicht das beste, was man in Österreich kriegen konnte? Echt? Echt? Irgendwo in irgendeinem Land war das irgendwie so, dass man 5 oder 6, das waren die besten Noten oder sowas. Kann sein, ich weiß es nicht genau. So, aber ich bin hier die liebe kleine Peach. Ich bin ein Mädchen, deswegen ihr dürft mir nicht wehtun, weil ich nämlich ein Mädchen bin. Ich bin die kleine Peach, ich bin die kleine Pfirsich bin ich hier. Warte mal, wir müssen hier jetzt ein bisschen aufpassen Flo. Weil hier bin ich nämlich... Ach stimmt, du spielst es ja nie so oft. Du musst versuchen, dich hier so durchzubuddeln, musst alle Ors abfarmen. Muss dann, wenn du alle Ors abgefarmt hast, musst du... Oh, oh. Oh damn, what are you doing? So, liebe Leute, kurze Erklärung, warum das Video heute hier wieder zu spät kam, beziehungsweise kommt. Weil, es sieht nämlich so aus, dass ich gestern Abend ganz schön lange wach war. Und dass ich dann irgendwie ein bisschen verpennt hatte und es dann irgendwie nicht hinbekommen hatte, mein Video pünktlich hochzuladen. Und jetzt sieht es halt so aus, dass ich hier bin und Flo wieder dazu überreden musste, dass er mit mir zusammen die Videos macht, dass er mit mir... Lol. Wie kann man denn ausscheiden? Lol. Was, bist du ausgeschieden worden oder das? Ey, wie kann man ausscheiden? Oh, lol. Ach, das ist PvP. Ja, ja. Du musst die anderen töten. Du musst die anderen töten und du darfst nicht getötet werden. Aber ich glaube, hier hacken voll viele. Ich bin mir nicht sicher. Ey, guck mal durch, aber ich bin richtig gut dabei. Hä, du bist ja auch Peach. Ja. Ich sehe, du bist Platz 3 gerade. Sau nice, sau nice, sau nice. Ich habe bis jetzt noch nie dieses Ding hier geholt. Oh, ja. Das war's. Alter, voll gut. 18. Platz. Junge. Oha. Wenigstens nicht letzter. Wenigstens nicht letzter. So. Aber wie gesagt, Leute, es tut mir leid, dass mein Video heute wieder zu spät kam, denn ich habe eine 6 gewürfelt. Das ist der Wahnsinn. Oh, zu spät. Da hast du, ich glaube, mein Huhn oder Hund gehofft. Ja, ja. Ich glaube, mein Hut oder mein Huhn oder was er auch sagt halt, ne? Ja, das Ganze war nämlich so, dass ich und Flo nämlich die ganze Nacht jetzt gestern zusammen hier gesessen haben und wir haben die ganze Zeit geredet über... Über was haben wir geredet, Flo, hm? Wir haben über Pizza und... Ja, genau. Über Pizza. Wir haben über... Ja, das... Die ganze Nacht einfach nur so... Ja, also wenn du da die Pizza... Wenn du da ein Dings drauflegst, ein Stück Ananas... Aber was ist eigentlich Pizza? Die Frage ist, was wir uns stellen, was ist das eigentlich? Diese Pizza, die... Wieso ist eigentlich Pizza? Das... Was wir hier Pizza nennen. Ja, wie ich eigentlich. Ist das überhaupt... Ist das überhaupt was... Pizza hat auch Gefühle. Oh nein, ich habe mich gerade selber abgeschossen einfach. Du bist so dumm. Wie kann man sich denn bitte selbst abschießen? Ey, ich habe... Warte mal. Du hast einfach keinen Bock... Ich wollte es abholen mit dem Bogen, aber der hat mich nicht geschossen. Du hast einfach keinen Bock hier mitzuspielen und deswegen hast dich einfach getötet schnell, hm? Ich frage mich halt wirklich, wenn das irgendwelche Leute hören, die so... Sehen so, dass wir das... Die so das Video von uns hier gucken, weißt du? Und dann hören andere das so im Bus oder so, keine Ahnung. Und dann hören die einfach so... Ey, Leute im Bus. Was geht? Ja? Ich gucke meine Videos, wenn ich will. Guckt nicht so komisch. Ich gucke meine Videos, wenn ich will. Ich gucke meine Videos, wenn ich will. Ich gucke meine Videos, wenn du willst. So, als wärst du der Sklave einfach von dem. Leute, ich lebe halt einfach immer noch. Guck mal. Machst du dich lustig über mein Track? Das war ganz ehrlich. Wann kommt der nächste Remix? Ich weiß das nicht, ich überleg es mir noch. Aber ich will, ich bin eigentlich... Leute, Remix ist auf eine halbe Million im Buch. Alter, voll krass. Das haben einfach eine halbe Million Leute gesehen. Das ist voll heftig. Sag mal auf deinem Zweitkanal Flo. Du bist dumm. Wenn du auf deinem Erstkanal hochladen soll... Nein, du hast meinen zweiten Kanal da. Nein! Oh mein Gott. Ich bin rausgeschieden, ich bin ausgeschieden worden. Mist, wie viele Leute waren überhaupt noch am Leben? Oh, noch voll viele, lol. Aber die hätte ich auch noch locker kriegen können. Das war so dumm gerade. Das war so richtig dumm, einfach nur. Oh, 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 jetzt bin ich gespannt. Was können wir wieder finden? Komm, Sack, gib mir eine 6. Komm schon, gib mir eine 6. Oh, eine 2. Okay. Oh, ich habe eine 6. Ich habe eine 6. Oh, oh, lol. Okay, ich habe mir für dich eine 6 gewünscht, okay? So, liebe Leute, ihr habt das wahrscheinlich alle mitbekommen und zwar gibt es auf meinem Kanal ein neues Project, was hier stattfindet. Ja, vielleicht hat der eine Art... Vielleicht hat der eine oder andere das vielleicht gesehen. Ja, es ist auf jeden Fall mega, mega cool. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Das Ganze nennt sich... Minecraft. Das ist... Nein. Das nennt sich Minecraft Test, ja, weil ich da nämlich irgendwelche Aufgaben bezwingen muss, die mir von irgendeinem komischen Roboter oder sowas in der Art irgendwie zugetragen werden. Das ist eigentlich ganz cool. Hast du das gesehen, Flo? Hast du Minecraft Testory Dino gesehen? Ich habe es gerochen. Hast du es geguckt? Hast du mal reingeschaut? Hast du mal reingeschnuppert? Ja, habe ich wirklich. Ich finde es ganz cool. Ringeschnuppert. Ich finde es aber auch ganz nah. Es ist echt richtig cool, was da abgeht und so. Aber es gab ganz viele Leute, die irgendwie gemeint hatten, so, ja, oh, die Idee und sowas, das ist hier voll Dings, voll geklaut von irgendwelchen anderen und sowas. Leute, es ist so, dass irgendwie alles auf YouTube mittlerweile geklaut ist. Ey Leute, wir sind 2018. Minecraft ist vor sieb Jahren oder acht Jahren rausgekommen. Irgendwo, in irgendeiner Hinsicht ist eigentlich alles... Das Ding ist halt, das Ding ist halt einfach so, was da... Oh, nein! Das Ding ist halt einfach, ich habe es geschafft, das Ding ist halt einfach, Leute, dass ich das ja schon vor Jahren gemacht habe. Ja, wer Minecraft Mikro oder Minecraft Jumper kennt, Ja, stimmt. Ich habe das schon vor Jahren gemacht. Vor Jahren. Ja, das ist schon so lange her. Und da gibt es irgendwelche YouTuber, die aktuell sowas in der Art machen wie ich, obwohl mal jetzt was komplett anderes ist. Oh, Lars, das ist geklaut. Das dir haben wir eigentlich alles nachgemacht von dir. Das dir haben mir einfach alles nachgemacht. Ja, und da sagt aber keiner was. Da sagt niemand was. Lars, ich habe dir auch nachgemacht, dass ich manchmal mir vorstelle, dass ich eine Nacktstrecke bin. Achso, du hast mir auch... Okay, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber Flo, du musst aufpassen, du bist gerade direkt vor mir und ich werde dich jetzt nämlich einholen. Ernsthaft, was war der Typ, der da gestanden ist? Ich werde dich jetzt einholen. Ich werde dich jetzt einholen wie ein Karpfen werde ich dich einholen. Verstehst du? Oh nein, du bist immer noch genau vor mir. Es hat einfach nichts gebracht. Oh mein Gott. Hast du es geschafft? Geschäft. Junge. Ich bin der Erste. Junge. Du bist bei 6. Hast du es nicht geschafft? Nein, ich schaffe gerade gar nichts irgendwie. Kann man hier nicht hoch... Och Junge, das ist doch nicht wahr. Ach Junge, komm. Alter, ich war die ganze Zeit Platz 3 oder 4 und dann hier bei diesem blöden Sprung. Ich habe es eben geschafft und jetzt habe ich es auf einmal... Jetzt will ich aber eine 6 würfeln. Wenn ich jetzt keine 6 würfel, dann... Das ist die Geschichte meines Lebens. ...dann fresse ich einen Besen und dann mache ich ein Video drüber. Eine 1. Ich habe eine 5. Ich habe eine 1 gewürfelt. Was ist denn das? Was ist das? Nein, eine 4? Hä? Ich habe eine 1. Achso, ja. Du kannst ja doppelt würfeln, wenn du Dritter geworden bist oder so. Du kannst dann... Also hast du eine 2-Fache. Oh, nice. Ja. Oh, guck mal. Die Leute schreiben Hallo. Hallo. Ey, die schreiben wirklich Hallo. Ja, die Leute sind glücklich, dass wir hier sind, Flo. Die Leute sind einfach glücklich. Ja, was ist eigentlich mit Schrauben? Schraubenidabediegenbau. Meinst du mit dem Server oder mit... Meinst du mit dem... Oder mit was meinst du? Ich weiß auch nicht. Ich wollte vorhin was sagen. Aber gut, dass du das Thema angesprochen hast. Leute, es gibt nämlich bald einen neuen Spielmodus auf schraubenidabedie.de. Ja, auf... Also eigentlich nur schraubenidie.de. Also ich werde euch das nochmal ein bisschen genauer dann erklären irgendwann, ne? Aber, ähm... NEIN! Oh Gott. Ich hasse Minenfeld. Wie gesagt, es wird bald einen neuen Spielmodus geben für die ganzen Ultra-Ränge, die bei mir auf dem Server sind. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Spielt viel auf dem Server, ja? Sammelt viele Stunden. Vielleicht holt ihr euch ja sowieso... Eigentlich auch Ultra. Oh mein Gott, wie schnell war das denn? Flo, du kannst auch einen Ultra-Rang haben, wenn du möchtest. Gar kein Problem, ne? Aber ich hab doch... So, wie gesagt, es wird bald... Ja, aber es wird bald... Du kannst da auch eigentlich reingehen. Das wird nämlich richtig cool. Da wird nämlich mit der Community zusammen so... Oh, ich hab eine 6 gewürfelt. Da wird mit der... Da wird mit der Community zusammen so richtig heftig gezockt. Da wird so richtig heftig gezockt zusammen mit der Community. Und zwar wird das da wie so eine Art Dorf geben oder Stadt, ja? Wo halt nur in Anführungsstrichen wenige Leute... Guck mal, der Typ. Na, so da so her... Wo in Anführungsstrichen nur wenig Leute drin sind. So, ich sag jetzt einfach mal 10... 10 Leute oder sowas, die dann in diesem Spielmodus da... Die dann mit dabei sind und so. Und die bauen dann ein Dorf. Und du kannst dann da reingehen und kannst dann gucken, was diese Leute so bauen. Und kannst dann mit denen zusammen richtig interaktiv... Gab es das schon mal? Ne, ne, es gab es noch nicht. Kannst dann da zusammen mit denen interaktiv zusammen Gameplay veranstalten, indem du halt, ähm... Mit denen dann so einkaufen gehst oder mit denen... Man spielt richtig aktiv mit Zuschauern dann einfach zusammen. Und das ist halt voll krass. Sowas gab es nämlich noch gar nicht. Das gab es noch nie auf dem Welt. Oh mein Gott, die Sterne. Das gab es halt wirklich noch nicht auf dem Welt. Oh mein Gott, das war so Kneipp. Das war so Kneipp. Oh mein Gott, ist das schwer. Ey, ist schon einer im Ziel? Äh, ich glaube ja, Peter Griffin ist schon im Ziel. Du musst ganz links rum. Oh mein Gott, da war doch gar nichts. Oh, ist denn mehr Level? Ey, ich war doch im Wasser. Ich krieg's hin. Ich hab's. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, das sind mehrere Level. Ja, ja, ja. Okay, Flo, jetzt bleib mal konzentrated. Lars, Minecraft in 4D. Erinnere dich. Minecraft in 9D. Minecraft in CD. Lol. Alter, was zur Hölle. Wie können die das so schnell geschafft haben? Ja, aber weißt du, Flo, wir spielen ja auch gerade, glaube ich, mit absoluten Profis. Ja, an alle Leute, die jetzt hier, wer jetzt hier aus der Platz... Die anderen Leute spielen auch mit absoluten... Äh, voll... Noobs. Ja, die Schwier... Ja, genau. Lölz. Alter, das ist mir hier... Okay. Ein Browserfeld. Bist du auch hier? HTTP www.lasodersupp.com www.shop.lasodersupp.com Okay, hier kommt jetzt Woolblock. Das ist auch... Das ist auch ein bisschen schwerer. Pass auf. Oh mein Gott. Achso, ich dachte, das wäre dieses Bauen oder sowas, aber das ist nicht dieses Bauen. Diese Bauen. Nee, nee, da gibt es sowas, da muss man so Bauen, so gegeneinander Bauen. Rot, 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 rot. Wer in der ersten Runde... Wer in der ersten Runde verliert, das ist so schlecht, Alter. Das... Okay. Orange. Orange. Schwarz. Okay. Ich bin ein Orange. Warte. Blau. Ultra einfach. Na, das wird gleich richtig schwer. Oh mein Gott, gelb. Du musst in der 5-Burte spielen. Oh mein Gott. Ist einfacher, oder was? Ja, spieler 5. Stimmt. Lol. Das ging nicht. Das ging nicht. Ich bin ausgeschieden. Ich konnte nicht springen. Ich bin erster. Du bist nicht erster, Flo. Was laberst du für Müll? Oh was? Du bist ausgeschieden. Ich konnte mich auch eben nicht bewegen. Ich wollte springen, aber das ging nicht. Fake. Ich bin vierter Platz geworden. Oh nein. Ich hätte doch so gut... Ich reporte jetzt den Server her. Was ist das hier? Was? Okay. Pass auf. Gleich geht es weiter auf der Leiter. Eine 4. Ich habe eine 4 gewickelt. Ich bin eine hübsche Prinzessin. Pass auf, Flo. Wo bist du überhaupt? Wie viel das fällt? Äh, 26. Du? 26? Ich bin 28. Ich bin vor dir. Ich bin einfach vor dir. Ah, jetzt bin ich topo 30. Oh lol. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Du kannst zweimal würfeln. Flo, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir in der nächsten Zeit einfach nicht so lange schlafen... ... dass wir nicht so lange schlafen, weil das ist irgendwie nicht so gesund für uns. Weißt du? Das ist... Ey doch, Lars. Das ist gesund. Einmal wirklich. Wenn ich jetzt... Ich habe ja meistens so vier Tage hintereinander oder irgendwie so. Oder ich. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin. Und dann muss ich halt... Einen Tag brauche ich mindestens, wo ich zwölf Stunden da schlafe. Oder am Wochenende. Ja, das stimmt schon. Kann ich mir schon vorstellen. Bei dir ist ja auch wieder was... Weil wenn du das nicht hast, dann keine Ahnung, dann bist du so richtig müde wieder. Ich habe einfach dieses... Diesen Checkpoint übersprungen gerade. Ich habe einfach gerade den Checkpoint. Nein! Oh mein Gott. Ist es locker schon jemand fast im Ziel? Ist es Lock.Zip jemand schon im Ziel? Ah! Oh mein Gott. Ich bin so hoch gerade. Ich glaube, ich gewinne das Ding. Ich glaube... Wie geht das? Ich... Ich habe es. Ich bin Dritter. Ich bin Dritter. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Oh, Junge. Das war richtig... Das war so... Hä? Wir schleimblöcke gehen einfach nicht. Achso, das ist schon aus. Trotzdem... Du regst dich halt einfach auf da drüber, dass es nicht geht. Eine Fünf. Eine Fünf. Eine Fünf. Und was kriege ich als Zweitwürfel? Und eine Eins. Junge. Was ist... Was? Oh mein Gott. Das Ziel ist schon richtig nah. Ein Browser fällt. Browser fällt. Oh mein Gott. Ich werde vier Felder zurückgeschmissen. Was ist das denn für ein Kacker? Was ist das? Toll. Das ist jetzt so, als hätte ich eine Drei gewürfelt. Oh, lol. Der Schumi hat einfach gewonnen. Schumi 1, 2, 3 hat gewonnen. Junge, der hat einfach 53 Felder geschafft. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Der muss doch die ganze Zeit eine Sechs gewürfelt haben. Aber Leute, ich habe mir das Ganze euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei Minecraft Test vorbei. Unten in der Videobeschreibung findet ihr Merch auf meinem Shop und coole Fanartikel und sowas. Und das war's für zum nächsten Mal. Ich hoffe, es euch gefallen. Lass dir einen dicken und fetten Daumen. Du musst schneller reden. Du musst schneller reden. Das war's für den neuen Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.